Leon! Leon! Alles klar? Ja. Aber es sieht schlecht aus. Sehr schlecht. Verdammt! Chris, hör mir zu. Du musst zwei Geiseln aus einem Unterwasserölfeld retten. Agent Sherry Birkin? Und Jake Mueller? Er ist Oben Weskers Sohn. Wesker? Chris, er hat Antikörper für das C-Virus. Verstanden. Ich werde es tun. Gut, danke. Leon, warte. Ich muss dir noch etwas sagen. Ada Wong ist tot. Roger. Sherry und Jake brauchen dich. Lass sie nicht im Stich. Ist alles okay? Finden wir die Überlebenden und dann nichts wie weg hier. Echo und HQ, hören Sie mich. HQ und Echo, bericht. Hey, was zur Hölle machen Sie beide da? Wir müssen evakuieren. Los! Hey, ich komme ja schon. Wir haben die Suche des C-Virus im Gas festgestellt. Aha. Es scheint dasselbe Gas wie in Toll Oaks zu sein. Ja, aber die Sache ist, ich glaube nicht, dass Ada tot ist. Wir versuchen es zu kontrollieren, aber Mist. Wir wollen dort nach Evakuierten suchen. Moment. Wir wollen helfen. Er scheint, ich wollte gerade sagen, er scheint sich gerade gar nicht so wirklich sicher zu sein, oder? Hä, was? Ach so, ja, gut, das... Klar, keine Sorge. Kommt, ich wollte gerade sagen. Wir machen einen umwegen zum Turm. Käsen! Was, Käsen? Ja, ich kann das... Ach so, ja, gut, das ist Gas vielleicht, ja. Hä, willst du mich verarschen? Was? Ernsthaft? Gut, vielleicht gab es da noch einen Seiteneigang. Ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass der instant stirbt. Ja, ja. Ja, ja. Er ist sich nicht so sicher. Wir wissen Bescheid. Okay. Klar, keine Sorge. Ja, ja. Ja, gut, haben wir gerade gesehen, wie wir von wegen keine Sorge und so, oder? So. Okay, da... Ah, okay, da geht's rein. Wo das Gas komischerweise nicht durchkommt, ne? Was ist da draußen? Ja, stickig. Stickig. Würde ich mal sagen. Wir sind auf dem Weg zum Turm, um nach den Evasionen zu sehen. Wir hatten draußen einen Wagen, wenn Ihnen das hilft. Kann ich das überhaupt mitnehmen? Oh leu, kann ich sogar. Hä? Ja, gut, hier kommt ein bisschen Gas rein. Ja, 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 ja. Ja, gut, da war ich wieder zu lahmarschig. Ich hab durch die falsche Taste geritten. Willst du mich verarschen? Komm, Alter. Was ist das denn jetzt? Ich mein, muss ich da einfach durchlatschen? Ich bin jetzt aber nicht wieder am Anfang, oder? Okay. Weiß ich noch nicht. Komm mal mit hier. Aber da kann ich ja wieder nicht durch. Da muss ich ja... Ja, toll. Das muss ich erst mal wieder verflüchtigen. Hä? Hä? Ach, Spiel, Alter. Was soll denn das jetzt? Okay, dann scheiß was drauf. Dann renne ich da eben durch. Dann scheiß auch auf die Muni. Ich mein, genug habe aber eigentlich sowieso. Die Pflanze würde ich trotzdem ganz gerne mitnehmen. Aber, Alter, das ist doch heulig. So. Mann. So, mach Beeilung hier. Ja, nur renne, Mann. Ich will da nicht wieder in der Scheiße stecken bleiben. Außerdem, Madamechen ist noch unten. Ja, nur ich hab's... Kann ich, kann ich nicht? Ja, Mann, ist ja gut. Ich will ja da draußen auch nicht wieder in der Scheiße da verrecken, ne? Ich mach das. Los, los. Los das Auto. Gleich vor der Tür. Los. Hallo. Hallo. Ja, ey. Ey, komm. Der steht die ganze Zeit vor mir. Ähm. Ach so. Los, schnell! Ist löblich von ihm. Ich hätte mir vielleicht noch mal ein paar Dings holen sollen. Na, ich mach mal die einfache Knarre. Ach komm. Okay, festhalten! Wo kommt die ganze Asche her? Vermutlich von der Rakete. HQ an Charlie. Planänderung. Tachi ist Schwergebiet für Sie. Rückzug. Warten Sie auf weitere Befehle. Was? Aber Echo Team ist noch da. Sie brauchen uns. Rückzug. Das ist ein Befehl. Wir dürfen niemanden mehr verlieren. Verdammt. Das ist schlimm. Sie wollen uns umzingeln. Wir müssen los. Ich hab's nicht ab. Nein. Nicht weg. Stirb. Missed. Ich kann sie nicht bringen. Der Turm ist gleich davor. Machen Sie beide weiter. Ich fahre zurück. Mal sehen, was von meinem Team noch übrig ist. Vielen Dank. Passen Sie auf sich auf. Ich schätze mal, ich wirklich viel ist da drüber und war, ja, gemütliche, ganz schöne, gemütliche Fahrt eigentlich. So, mal rüber da, ins Ungewisse. Oh. Gut, ich dachte sie, na, würde jetzt alleine den Laster umkippen, damit wir da durchkommen. Ich schätze mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Na los, ich helfe Ihnen Ich dachte, sie wäre tot Ja Warte Wo, komm ich hier unten? Ja, dann komm mal mit hier Leon, da lag Leon, Leon, hören Sie mich? Ist alles okay? Ich lebe Noch Aber ich fürchte, es wird alles noch schlimmer Oh Ist aber Ist ein kleiner anderer Weg, oder? Die wir gingen sind Äh, Madame Oder sie ist woanders langgegangen Ach, ne, da ist er Aber ne, ist der gleiche Weg nur Wir können ein bisschen schneller Ich hoffe nicht, dass ich jetzt alles nochmal machen muss Was ich im Tutorial gemacht habe Ja, nicht, ich würde ganz sagen Nicht zur Seite Kann ja mal sich langsam hinlegen Und sie ist ja komischerweise auch nicht mehr verletzt Sag mal Die will mich verarschen Wie war das gedauert? Hä? Was? Bäh So, die Sache ist, ich wüsste auch gar nicht mehr Gut Wollte gerade sagen, wo ich langgegangen bin Also, wie gesagt Ich hoffe nicht, dass ich alles noch Oder sind wir gleich zum Tower gekommen Oh Dadach Die kommen mir aber nicht so bekannt vor Kann sagen Wirklich hier, mein Freund Haben wir jetzt alles? Jo Ach komm Und ihn juckt das gar nicht, ne? Natürlich juckt ich das nicht War das schon der Tower? Ja, ich wollte gerade sagen Kennen wir ja schon Oder wir kriegen jetzt einen kleinen Cut Dass wir wenigstens wieder im Tower sind Das wäre schön Weil noch mal Kommen wir hier zum Turm? Ja Nach rechts Oder so Einmal Hä? Wollte ich sagen Ich habe die Tür geladen Voll Wir oben ist ja schon weg Au Voll ihnen mitgekommen Ja Das wissen wir ja Warte mal Erstmal den ganzen Shit einsammeln Und jetzt voran Ja Das wissen wir Jetzt kommt ein Flugzeug Und ab zur Seite Und das läuft schon Und ich glaube Wir laufen jetzt auch Oder? War das nicht irgendwie so? Hier, hier Einsteigen Nein Asian Monitor Nein I Nein Unter Was tun? Nicht in die Lunge. Verdammt, ich krieg hier nicht vor. Komm schon! Höher! Was ist da los? Ho! Der Heli macht es nicht mehr lang. Nur noch ein Stück. Helena! Mist! Festhalten! Er ist ein Stück. Ich bin das Stück. Der Heli macht es nicht mehr lang. Was ist das okay? Ja. Yay. Okay, aber wenigstens kann ich hier vielleicht noch ein bisschen was mitnehmen, weil jetzt müsste doch eigentlich gleich ein ekelhafter, fieser Ostweit kommen, den ich theoretisch verlieren müsste. Wie kann ich nicht... Warte mal. Oh Gott, wo hatten wir ein... Ja, den Mist benutze ich sowieso nicht. Weil? Nein, das war's nicht. Äh... Willst du mich ver... Hä? Kann das sein, dass da keine rote... Dass da keine rote Pflanze lag? Shit. Na ja, we're good. Ja. Irgendwas ist hier faul. Noch nicht genug? Das war's nicht. Warnet. Ada. Ich bin ein. Ich bin ein. Sie haben... Ich bin ein. Ich bin ein. Sie sind. Sie sind nicht so dummer. Sie sind die Veröhnung. Sie sind... Sie sind... Ich hoffe, sie haben Freunde im Jenseits. Ihr wird sie niemand vermissen. Ganz cooler Spruch. Warte. War das das hier? Gut, auf die kurze Fährung lässt sich damit scheiße zielen, ne? Warte. Ernsthaft, jetzt treffe ich die nicht? Schrei mir nicht so hart, Mann. Was ist das denn? Okay, da muss ich... Ich muss sie wenigstens von meiner Muni verballern. Ich dachte, das wäre schön. Nein. Ich wollte gerade sagen, ich habe das Auge nicht mal getroffen. Ja, toll. Ach, nee. Das kann nicht sein. Das geht alles. Ich weiß gar nicht, ob das was blieb, auf den jetzt zu schießen, wenn der so am Boden hofft. Aber ich dachte, das ist nochmal hier nach. Habe ich hier eigentlich noch Zeug? Ich habe ein Fässchen da, ja. Ähm, hallo, alter, Kamera. Ich habe das Gefühl, das bringt mich wirklich viel. Aber die Knarre ist ganz geil. So, lass mal gucken, haben wir hier irgendwas, wo er vielleicht ein bisschen was... Ja, toll. Oh, Junge. Zeig mal dein hässliches Auge hier. Ich komme aber auch gefühlt nicht weiter, ne? Da wird eh gleich wieder rumbrüllen. Ja. Hä? 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 Sie fliegt aufs Dach. Hoffentlich funktioniert der Aufzug. Was ist? Ach, nichts. Los geht's. Los geht's.